Oh yeah! Wow! So, das ist wesentlich angenehmer. Ja, wo waren wir stehengeblieben? Wir sind im Zwielichtforst und haben ein Lakitu-Haus vor uns. Wo es bestimmt was gibt, was wir machen können. Nein. Scheinbar nein. Und hier können wir auch nichts machen. Okay. Okay. Na dann. Gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir weiter im Zwielichtforst. Außerdem sehr schöne Musik. Oh. Hey, ein Herausforderungsblock. Cool. Zwei. Drei. Vier. Wie weit können wir es schaffen? Wir schaffen es bis sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ah. Zwölf. Jodi. Irgendwann werde ich die 15 schaffen. Irgendwann schaffen wir die 15. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Ähm. Wir haben hier den Weg. Dach umzugehen. Und ich glaube da vorne ist Wiggler. Und wenn da ein Wiggler steht, dann heißt das eventuell, dass da ein Boss auf uns wartet, was dann Wiggler wäre wahrscheinlich eventuell. Oder irgendeiner der Kamiks macht Blödsinn mit unserem Wigglerfreund. Wäre nicht so toll. Ungewöhnlicher Ort, dass hier nichts ist. Das ist irgendwo nicht richtig. Aber gut. Ähm. Mit dem können wir auch nichts machen. Ich sehe schon einen Karmik da vorne. Das kann nicht gut werden. Na dann, schauen wir mal. Hallo. Na? Du bist also der Schurke, der Wiggler aus dem Wald in eine Müllkippe verwandelt hat. Wiggler hat den ganzen Tag hinter dir hergeräumt. Das lässt sich Wiggler nicht weiter bieten. Nee. Es hat mich ja nichts an Mühe gekostet, diese Hindernisse auszubauen. Und du machst sie einfach kaputt? Du bist wirklich ein höchst nerviges Insekt. Und weißt du, was ich mit nervigen Insekten mache? Das hier. Größer. Und böser. Wiggler. Wiggler. Komm wieder zu dir. Wiggler kann ich nicht mehr hören. Also gut, Wiggler. Dann will ich dir mal zeigen, wer hier die wirklichen Schurke sind. Das sind nämlich diese Typen. Wiggler kann ich nicht mehr hören. Okay. Zum Angriff. Wieso war das klar? Wieso war das sowas noch klar? Äh. Oh Backe. Okay. Oh mein Gott. Ah. Das ist nicht cool, Mann. Ey, was denn das? Achso, ich kann doch weiter ausweichen. Na super. Hö. Ah, das war auf ihn. What the fuck? Wieso das denn so was angreifen? Achso, ich muss drücken. Ach du heilige. What the hell? Ah. Ah. What the fuck war denn das für eine scheiße? Das war mega unfair. Wieso macht er so oft angreifen? Das ist. Warum? Okay. Merken. Ich krieg's hin. Okay. Ich muss zwei Hände dafür verwenden. Das ist so ne Sauerei. Yeah. Ah. Ah shit. Ich muss wirklich meine beiden Daumen dafür verwenden. Ah. Oh mein Gott. Au. Oh come on. Victor please. Zu sowas nicht. Wo ist Monty? Monty. Neun. Au. Au. Na super. Luigi lebt noch. Ey, wir sind auch wieder da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh man. Das war nicht nett. Gar nicht nett. Lebe wie der Peppa Mario. Au. 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 Oh nein. Mann. Okay. Ich will aus diesem Kaffee Münzener haben. Dankeschön. Hahahaha. Also das war echt absolut gemein. Wie sie dafür so häufig dann nur angreifen. Das check ich nicht. Das ist ja richtig mies. Äh. Schau mal den hier. Mal schauen was passiert. Okay. Es zählt nur als ein einziges. Okay. Fragment. Na dann. Brostblume die Dinge vernichten. Oder den Muschelbohrer. Es ist ja immer praktisch bei Wiggler die Blume zu vernichten. Irgendwo auf dem Kopf. Könnte sein, dass es gut passt. Na dann. Ai, ai, ai. Buttmashing. Bringt anscheinend gar nichts. Wow. Doch. 40 Schaden. Uh oh. Äh. What the fuck. Was? Boomerang ein. Verteidigung. Wegen den Zielkursor mit dem Schiebelpads. Okay. Habe ich. Okay. Versuch den Ball anzuvisieren. Okay. Jetzt kannst du den Boomerang werfen. Brücke mit B. Aha. A. Und dann mit A. Und dann mit B. Und dann mit A. Und dann mit B. Und dann mit A. Und dann mit A. Und dann mit B. Oh mein Gott ist vorbeigeflogen. Ja komm näher. Ich könnte noch Karmic abschießen. Oh. Ist kaputt. Das kann ziemlich schmerzhaft werden. Vielleicht sollte ich Karmic abwerfen. Hm. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Aber wenn. Äh. Wie spannst du den Schaden drauf. Bombenüterbeerbe bekommen. Ähm. Bewege das Schiebepad nach rechts um eine Bombe zu werfen. Dann schmeckst du sie mit A. Okay. Machen wir mal. Okay. Hm. Na dann. Jawoll. Geht doch. Oh man. Geiß. Hab dich. Der andere auch noch. Oh man. Auf wen werft ihr. Auf Luigi. Natürlich werft auf Luigi. Gemeinsäcke. Oh oh. Ha. Vielleicht kann ich doch mal abwerfen. Ich glaube es ist gar nicht mal so dumm. Ähm. Gut. Squash. Damit können wir alle treffen. Wir müssen auf jeden Fall die Shigas davon bekommen. Deswegen. Machen wir das. Eieieiei. Wo sind das viele. Aber sie sind gut wie sie sind unter dem Wickler. Aber kriegen keinen Schaden dadurch. Dass sie dort sind. Und. Jawoll. haben wir. Hast schon viele Teile weggeflogen. We. Warum muss dieser Gegner so böse sein. Ich verstehe es nicht. Keineswegs und nein. Warum tut so viel weh. Oh Backe. Na super. Luigi. G Ja Okay, okay Oh man, es ist hammerzeit Oh, what the hell Okay, ich glaube, unser Ziel ist wirklich Carmack So eine verdammte Kacke Wow, what Das könnt ihr auch noch Oh shit Au Ihr verkackten Geist Au Nicht cool Nicht Cool Okay, Luigi, Heimokurz bitte Aua Und dann Muschelbohrer, Brostblume, Brostblume könnte gut schaden Riechen an allen Ah Ja gut, mach mal Warum muss der Kampf so schwer sein Aber warum muss das erste Ding, was ich heute machen muss Natürlich ein Buskampf sein Ah Ist genau wie das letzte Mal Unfassbar, wie viele Bosskämpfer auf einmal hier im Spiel auftauchen What the hell Ah Okay Oh crap Ah, come on Natürlich senkst du die Werte Oh man Na gut Mist Natürlich der Angriff ist gesenkt von uns Hab dich Jawohl Ich muss keine Treffen, dann fliegt das Ding in direkt in die Luft Super Gut zu wissen Was ist das noch gleich Machen wir das Bonus und Fangspunkte Und wir sollten alle mal ein bisschen Schaden verfügen Und bumm Jawohl, noch ein paar Scheikers kaputt Wir brauchen Kopien Auf jeden Fall Okay Hab dich Du hast mich hier verarschen wollen Kleines Erfers du Hab dich Jawohl, eine raus Oh oh Okay Na super Sehr schön 64 Schaden Es könnte sein, dass wir kamen gleich loswerden Ah Crap Wie Ja Wow Gut Daran vorbei Okay Luigi Lauf, 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 lauf Lass dich nicht beirren Au Au, du bist so tot Luigi Du bist so tot Luigi Fuck Du bist so tot Luigi Au Ha Konterschaden Nett Ähm Nicht gut Gar Nicht Gut Die sägen uns alle wertschöne Und das ist echt mies Oh yeah Das ganze Kampf ist über Richtig schlimm Aber gut Jetzt können wir zumindest mal Ein bisschen versuchen den rauszunehmen Da hinten den Den Papierschei Geil Papiersperrgei Da Mit der Feuerblume Die wird hier als Schaden anrichten Aber Trotzdem Stirb Oh Oh der nehmt die immer noch Okay Paper Mario Wer ist denn so gut und hämmerst den einen weg Der steht ja noch immer Ach der hat noch ne Kopie gehabt Das ist ja was mieses Ah crap Why Oh oh Ah der Ball wieder Wie jetzt Ich hör Kamek Hinter dem Ball Verdammt Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ehrlich kann ich mich nicht treffen können So ein Mist So eine verdammte Socke ey Warum ist dieser Kampf bloß so gemein Hm Vielleicht soll ich mal einen Wert Das mal wieder herstellen Eieiei Okay Der geht auf Mario Und der ist Uh gekrittet Au Gut Da die wir jetzt weg sind Haben wir die Möglichkeit Ein bisschen Schaden anzurichten An dem kleinen Wiggler da vorne Muschelbohrer So Und Und Voraufgaben Bam 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 Äh 36 Ähtil mir niemals besser sein können Okay 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 passt wieso hat er dahinten noch so viel leben es war ohne mist ist so hart nervig raketenabschuss sollten wir vielleicht mal ansetzen noch ein wollen wir unseren angriff wir warten damit noch wir machen raketenabschuss auf das beste kann schon sein ist so gemein du böser kleiner minder bost du jawohl voll ins gesicht mit der rakete war diese doppelten wenn sie mies mitte wenn 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 okay noch mal wenn du da laufst okay laufen mit luigi luigi nicht sterben mann ich brauch dich date date noch einer und dann müssen wir kamik treffen date oh verfehlt oh shit au habe ich zu früh gedrückt ah fuck aua ja gut einer hat mich nur getroffen von denen nochmal wieder nur einer so eine verdammte grütze mir geht echt die alte tüte aus ich krieg mir meinst du warum warum seid ihr so gemein bösen bösen gegner oh oh weil nein verfehlt why nein nein luigi oh mein gott gerade so gerettet hier das ist nicht gut das ist gar nicht gut bomben derby ja was solls sogar neuner kriegt noch am ende flämmchen okay luigi hab dich aber mich verarschen die sauer wieder das genau gesehen okay auf wen schmeißt du euch jetzt mario okay und karmik da hinten natürlich luigi nein paper mario mario luigi paper mario und hoch jawoll so viel leben kann karmik gar noch nicht mehr haben au oh oh hallo karmik naja du bist ja gleich down na dann hinauf und boah voll in die Schild rein ich mach dir ein Loch in deinem Papier äh äh 42 toller herring hm lecker herring gut kopien gemacht ähm raketenabschuss könnte schwieriger zu treffen sein wir werden mit mario mal heilen vorsichtshalber mit super nüsse haben wir ein paar 30 vor alle okay magie aber das ist auf mario das ist auf luigi und das ist auf paper mario okay und wieder auf paper mario und wieder auf paper mario nein what als ob ich muss den nicht ganz nach zurück oder paper mario luigi mario paper mario luigi au und paper mario und ah aua fuck ja gut trio drachen ich muss das ding schon wieder umhauen das ist doch ein witz das ging ganz so viel leben oh das sieht so traurig aus okay lauf mario lauf du luigi lauf paper mario lauf mario auch wenn man nicht komplette armee haben von paper mario aber es muss reichen oh shit einer ist abgefallen oh 64 äh wieso dauert dieser postkampf so lang muschelbohrer langsam muss ich auch mal meine bp wieder heilen ich meine es kann doch nicht sein dass ich so lange kämpfen muss gegen das ding da muss er auch einen trick geben oh man es muss doch einen trick geben bei dem ding oder panzer ne ich würde den kopf treffen paketenabschuss könnte ich machen ich werde auf jeden fall meinen bp mal heilen ich habe größere mengen kappi und bp wieder her damals die ruppe habe ich nicht ein team sirup ne ne verdammt verdammt so ein mist das kann es doch echt nicht sein dann haben wir mario mal kurz damit normals bomben derby macht nämlich guten schaden ok kreist wieder an ja natürlich wow dreimal wie eins zwei drei ok au ach scheiße au what the hell luigi verdammt töte mich nicht monty shy guy au schon wieder monty oh mein gott warum sind da so viele gegner stirb hab dich jawoll oh no ja oh mein gott why im kreis nicht doch alle komm ouch so ein verdammter mist mein ganzes highlight ist alle weg es muss auch einen einfachen trick geben diesen boss um zu klatschen oh je oh je na du schon wieder ok Eis hinten Feuer ma naja Feuer luigi Eis hinten hau ihn weg töte ihn nein verdammt Ballon ok hab dich direkt gesniped haha kannst du bitte mal sterben da hinten ach das ist doch ein Witz das ist doch ein Witz das ist so ein Witz warum bist du immer noch da na dann voll auf die Schäde er hat immer noch so viel Leben ey uh aua das Multi-Hit auch weg oh oh ok wir machen jetzt mal einen Raketenabschuss aufwickler immer noch nicht ok Trio Drachen jetzt aber gut bam wie viel Schaden ja ouch total zerstörteres Ding bleibt nur Kamek und die Shagai die abhauen gut die sind nur Zierde im Grunde genommen Feuer ok eine gute Reihenfolge die man sich einfach merken kann gut Verteidigung gesenkt ja auf alle Fälle gerne auf alle Fälle gerne müssen nur noch rumhauen ich hab keine BP mehr ok ok luigi du kannst du drausspringen einfach ne komm mach mal machen wir so selten einfach nochmal drausspringen wäre vielleicht mal eine Idee Sternpunkte besser ok bevor der irgendeinen Scheiß macht besser umhauen was können was können wir der besten machen Bomben Derby Raketenabschluss ist aber auch nicht dumm geht auf alle ja machen wir Bomben Derby na dann jawoll ah natürlich Feuer ist effektiv oh runtergefallen haus ab du Sau komm her ich hau dich kaputt alles Handschuhe oh mein Gott endlich was ein scheiß Boss heilig scheiße du heilig scheiße du das ist ja richtig schlimm aber endlich mal ein Level Up für Mario das ist ja ein Witz gewesen das ist ja ein Witz gewesen gut Mario du brauchst auf jeden Fall maximale KP mehr auf alle Fälle ja oder Verteidigung ne maximale KP auf alle Fälle du hast so wenig oh mein Gott 5 KP du hast so wenig KP du gehst immer drauf Verteidigung wäre aber auch nicht schlecht gewesen kann man sich jetzt entscheiden Angriff äh aggressiver KP gehen oder eher Verteidigung uff aber alle haben Level Up das ist schon mal ein riesen Vorteil fuck dieser Part wird lang sein nur mit dem Kampf nur mit diesem einen Kampf uff man wird man einfach da und so uah wir sind noch nicht fertig miteinander oh doch Wigler hat keinen Schimmer was in ihn gefahren ist gebremst vielen Dank dass ihr Wigler wieder zur Vernunft gebracht habt und auch für all die Beeren und natürlich für die riesige Melone die war enorm köstlich heute war der köstlichste Tag in Wiglers Leben Wigler ist so glücklich nicht weinen und jetzt gerade unglaublich müde Wigler alles in Ordnung ihr müsst doch alle auch sehr müde sein Wigler muss ein Nickerchen machen Wigler kann kann noch die Augen offen halten nicht sterben Wigler euer Ernst mit dem komm schon nein Wigler komm zurück geh nicht ins Licht komm was ist das denn warum oh nein anh conn Dwiy goddess und die oder sie Warum seid ihr so traurig? Hä? Es gibt auch einen Grund zur Freude. Wickler ist jetzt ein schöner Schmetterling. Und es hat Wickler nur euch und eure Köstlichkeiten zu verdanken. Oh mein Gott. Warum? Tut ihr sowas? Wartet ihr auf dem Weg zum Spiegelbildberg? Dann bringe ich euch hin. Springt auf. Warum zum Teufel? Und los geht's. Warum zum Teufel machen die sowas?